Heute ist Sonntag, der 21. Juli 2024 und damit herzlich willkommen zu Jeden Tag ein Ü-Ei. Heute öffnen wir ein Überraschungs-Ei der Klassik-Kollektion und das mitten in der Sommerpause. Ich habe allerdings noch weitere Ü-Eier, also keine Angst, die werden wir weiterhin öffnen. Das Ü-Ei für Mädchen, das kann ich euch leider erst einmal nicht mehr präsentieren. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Ü-Ei des Tages für heute Sonntag, den 21. Juli. Musik Musik Also wieder ein Raumschiff aus der Serie Die Minions und heute besteht die letzte Chance beim Gewinnspiel mitzumachen, denn wir hatten am Donnerstag die 200. Folge und den 200. Tag. Winnen könnt ihr das neue Buch 30 Jahre mehr als ein Hobby. Kostet in der farbigen Edition, die ihr natürlich dann auch gewinnt, rund 30 Euro. Wie ihr mitmachen könnt, schaut einfach in Folge 200 in der Playliste. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Restsonntag, einen guten Start in die neue Woche. Wir sehen uns morgen hier wieder, ihr Lieben. Bis morgen. Alles Liebe, euer Stefan. Macht's gut.